Schau, ob wir da Loot finden. Jetzt vertöge ich mal den Schoko-Riegel, dann habe ich gleich wieder ein bisschen Platz. Ey, da ist ein Spieler. Der Mann, da sind wir da. Was ist das? Das ist ein Mann, da ist da. Das ist da, da ist auch da. Hey, Mann. Hallo. Hey, wie sind Sie? Hat er gerade jemand die Waffe gewechselt? Oh shit, da ist noch jemand We plant some, um, vegetables There's some in the general store, tomato seeds Uh, a toy if you come up Seems like we have a food problem Oh, an Equipter Got you He's down, he's down, he's down He aimed at you Yeah, I just jumped the fence and I seen it Yeah, he aimed with a gun on you Yeah, I seen that, that's why I just went to go up the hill Cause I literally am not sure, but that's good Hello Bjorn Hey man Who killed who? Uh, we jumped the fence and the lad aimed at us straight away Just trying to shoot us, the lad with no trousers, just shot Love the shards Love the shards Hello, hello Well, I'mma go cook something to eat So I'mma lay down somewhere Uh, this guy had something Oh nice The guy who tried to kill our friend Had something to eat Come in, let me give you Here's the seeds here Wow, seeds We can We can plant, uh, some vegetables Yeah, why not There's a shemag here as well, if you want Yeah If your buddy, uh, I drop something on the ground for you Oh, thanks a lot, man He had something to eat here in the city I'll give the Pepsi Thanks man Better than nothing That's nice of you Maybe you win sometime Yeah, definitely Why are you so, uh, friendly, man? Uh... Boring to shoot everyone Yeah, I agree, I agree Okay, I mean, this other guy, uh, aimed at his head So, of course I killed him Okay, maus eats, sir But, you know Mhmm They're literally there Kill on sighting everyone is boring Definitely 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 This is all about interaction And beauty Well, I'mma lay down and cook something to eat Yo Well, I took the seeds Do you need this backpack? No, I literally have a backpack Okay, I switched it Oh, my dad Hey It's time we just so Tick the seed Shit is more popular Yeah, why wasn't that saved time? Hey There's another Bambi here You don't want to talk, huh? Well, one of you fuckers just killed me, so you might as well do it again. Enjoy the rags. Enjoy the rags. Ich will ihn noch gar nicht killen. Enjoy the rags. Ich rede mit ihm und er sagt gleich, ja, enjoy the rags. Was ein Typ. Als ob ich ihn gleich umlegen wollen würde für die Verbände. Stofffetzen-Dealer. Das sage ich dazu nur. Oh je. Ah ja, da vorne läuft einer. Oh, da vorne waren die Kripp da gerade. Oh. Das war... Das war schweres Kalib, wa? Das war eine BK-18, da muss ich aufpassen. Die sind gar nicht so ungefährlich im neuen Update. Yo, what's up, guys? Whoa, 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 guys. What the fuck? Stop it. Kill us, please. Kill us, kill us. Nooo, there is a guy, who is shooting. We need to spell us gone. You guys, you guys must help me kill this guy. Over there, over there, there. Here. Huh? Hello, hello. This one. Oh Gott. Hallo. Was ist hier los? Hier ist schon alle gefehlt euch. Warum wollen die Babys mich alle kehlen? Ich will denen doch helfen. Vorne, da, 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 da. Da sind die Kripte hier vorne. Oh, gleich sterbe ich. Was letten wir? Ja, es gibt hier die Crashes. Wir haben gerade eben einen Index vorhin. Die wollen da nicht schärfen. Wow. Ey, was zur Hölle? Das war eine Desert Eagle. Ich muss echt aufpassen jetzt. Da, da läuft er. Jawohl, hab ihn. Ich hoffe zumindest, dass es der richtige war. Hi. Hast du ihn? Yes. Ja, das ist der mit der Deagle. Yo, hey, it's me. Okay, den Killer hätten wir. Yo, what the fuck, bro? What is your plan? Help me, guy. Ah. Bobblehead guy, help me kill him. Thank you. Hey, I can show you some stuff. Some weapons. Come over here. Okay. Here, you can take your stuff. Goodbye. Thanks for the help. Weg hier. Bestimmt killt er weg gleich. Oh Gott, Esseker ist so toxisch. Weg hier. Ich muss die Dostweite halten. Hm. Ich glaube, das andere Wahl haben wir gar nicht. Oh, geil, ist er doch. Ah. Endlich. da hat jemand wölfe gekillt nicht wenige da liegt auch noch einer das macht aber sonst einen ruhigen eindruck fangen wir mal an zu looten spieler noch einer verpiss dich doch ich würde den typen jetzt gerne verbinden aber der andere spieler hier auch im zack Oh Gott! What a push of me in. Scheiße. Was ein Fuck. Hä, er ist tot. Nein. Ich habe ihn doch gefesselt. Oh, was ein Shit. Och, nö. Och, nö. Wieso ist der jetzt gestorben? Was hat denn da alles? Repeater. BK. Ah, hier kommt. Machen wir so. Ruinierte Weste. Okay, ich würde sagen, hauen wir ab. Ah, schade, dass der Typ hier jetzt, ähm, den ich da gefesselt habe, dass der Typ, ähm, ich weiß nicht, was da los war. Ob er jetzt hier auf Relog gedrückt hat. Oder ob er wirklich verblutet ist, was ich jetzt nicht glaube, sah jetzt nicht danach aus. Aber das passiert auch immer wieder, ne, dass die Leute an Conscious sind und dann Relog drücken, weil sie halt noch nicht so lange Daisy spielen und das nicht wissen. Was ist das hier für ein cooler Ort? Was ist das für ein Typ mit M4 ist hier? Fuck. Fuck. Okay. Versuchen wir zu holen. What the fuck? Hä, woher wusste der, dass ich hier oben bin? Der ist direkt auf mich zugelaufen. Woher wusste der das? Na, du kleiner Streuch, du. Hä, hä, hä. Ja, bist du kein Deutscher? Ja, kannst du Englisch sprechen? Ja, kannst du Englisch sprechen? Ja, 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 ich weiß. Geh, was du willst, Mann. Schau, da ist ein Mann. Fuck. Wow, wow, du hast ihn gerade genommen. Ja! Noch einer tot. Äh, ich verpiss mich jetzt. Die können mich mal. Alter. Da ist noch jemand. Hä, das ist ein komplettes Squad. Oh shit, Alter, weg hier. Ja. How to full equip in... ein paar Minuten. Oh shit. Was zur Hölle ist hier los? Schnell, Morsin. Die komplette Gruppe von Bambis. Huh? Die kommen gleich. Die kommen gleich und holen mich. Ich sollte lieber abhauen. Es sieht so aus, als wäre der Typ mit der M4 genauso wie ich gerade eben auf der Flucht vor dieser Bambi-Armee gewesen und ist deswegen zufällig in meine Hände gelaufen. Ich habe noch einen. Okay, Positionswechsel. Ja. Es war wieder diese Freshspawn-Gruppe. Die waren alle auf einem Haufen gesessen. Okay, das war mal. Die bladge ist ein Schuss. Also haben wir einen Schuss-Gruppe. In der Hölle ist ein Schuss. Okay. 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 Ready? Ah ja. Das sind doch noch da gewesen. Die Zombs sind alle wohl. Oh. Hey, yo buddy. Hallo, Englisch? Ja, ja. Wie geht's dir? Hier ist ein Mann, mit einem Sniper-Rifle. Ich versuche ihn zu töten. Ja, er hat mich seit 30 Minuten zu töten. Gott, das ist der Typ, Peter. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Oh, ich hab bloß einen Halt vor dem Magazin. Was soll der Scheiß? Ja, ich hab zu dem Bambi gesagt, er soll wegbleiben. Ich geh davon aus, das ist der Typ, den ich vorhin im Fight abgeknallt hab. Der ist zurückgekommen, sein Loot holen. Jetzt ist er mit seinem Hammer mir hinterher gelaufen, weil er meinen Loot haben möchte. Ich hab zu ihm gesagt, er soll wegbleiben. Wenn er nicht hört, dann muss er fühlen, ne? Hä, shit, wo sind die Zombies jetzt hin? Ah, ich Idiote, ich hätte die Stelle beobachten sollen. Da hat jemand die Zombies weggelockt. Ich mach jetzt mal noch so einen riskanten Push durch die Stadt. In die Richtung, wo ich ihn vermute. Wenn ich ihn dann sehe, gehe ich kein weiteres Risiko mehr ein und dann verschwinde ich. Mhm. Zombies wieder im Angriffspose. Oh. Mountain Deckpack. Ach, scheiße. Das ist der Backpack. Das ist echt unerklärlich, was hier vor sich gegangen ist. Das ist nicht nachvollziehbar, was hier abgegangen ist. Hier lag auf jeden Fall der rote Rucksack rum und die Mosin von dem Kerl. Das ist völlig unerklärlich für mich, was hier los ist. Und draußen lag eine Bambi-Leiche. Das ist so ganz komisch. Ich kann das nicht nachvollziehen, aber ich geh mal davon aus, weil die Mosin da rum lag. Dass vielleicht, ähm, der Typ gekillt wurde. Deswegen lag seine Mosin auf dem Boden noch. Das Bambi ist dann irgendwie rausgerannt. Wurde von den Zombies gekillt. Und der Typ ist dann diespawned in der Zeit, wo ich gesucht habe nach ihm. Das ist die einzige logische Erklärung, die ich jetzt für die ganze Sache hier habe. Es ist auf jeden Fall nicht wert, da noch weiter jetzt zu gucken. Ist mir zu riskant. Da ist die Military. Da würde ich jetzt gerne rein scopen nachher. Blöd wäre jetzt nur, wenn die Wölfe mich von hinten dann überraschen. Jetzt suchen wir uns mal ein dichtes Gebüsch. Da sind ein paar dichte Bäume, da könnten wir uns grad mal reingucken. Wir gönnen uns jetzt trotzdem mal ein Siegerbier. Dafür, dass wir die Situation vorhin so gut runter gespielt haben. Schuss. Hä? Da ist ein Feuer im Wald. Da ist ein Feuer im Wald. Wo? Oh. Kämpfen wir gegen Wölfe vielleicht? Ness die Heine Schreffi, Siebels ich hasse dass man mit diesem komischen lichtback das war knapp ich habe ihn einmal getroffen ich habe ihn der hat mich fast getroffen die frage ist aber gegen wen oder was haben die jetzt hier gekämpft kann natürlich auch sein dass die beiden typen hier vorbeikamen und da oben am am lagerfeuer vielleicht jemanden gekillt haben wir können ja mal kurz das feuer da oben abchecken ob da irgendwo eine leiche rumliegt ach guck her was liegt denn hier ist da ein typ wow da haben wir die richtigen erwischt die richtigen schweine die haben hier einfach einen typen beim grillen angegriffen was sind das für feiglinge ja kumpel du wirst es nie erfahren aber ich habe dich gerecht haben wir eine schaufel da können wir ihn wenigstens vergraben ne ne wow ne er grillt hier im wald und anstatt dass die ihn überfallen töten sie ihn einfach direkt so lächerlich so lächerlich ne da haben wir die richtigen erwischt wir ziehen den typ noch aus falls er zu seiner leiche zurücklaufen möchte hier die waffe legen wir extra hin das fleisch auch dann kann er ne das fleisch legen wir hier ähm hier rein warte mal in den rucksack legen wir es rein der despaunt nicht so schnell und seine sachen hier dann kann er direkt ein feuer machen wenn er zurückkommt damit er hier sein leiche wieder findet der kerl hm 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 hm